Inklusive Festungsticket beinhaltet einen spannenden Rundgang mit Audioguide, inklusive Aussichtsturm, das Festungsmuseum mit den Fürstenzimmern, sowie den Eintritt ins reine Regiment mit dem Elektromuseum. Genießen Sie die lebendige Geschichte auf der Festung Ruhensalzburg. – Willkommen im Ruhensalzburg-Regiment Museum und Möbel und Elektromuseum. – Sie sind in Geschichte auf der Holensalzburg-Fortres. – Willkommen im Ruhensalzburg-Ruhensalzburg. – Ihr Buch, all den Ruhensalzburg-Vortragend, in Ruhensalzburg-Vortragend, – und die Autoguide, die Bescheidung der Tour der Überstürmerung, – und der Museum des Ruhensalzburg-Vortragend, – und der Museum des Ruhensalzburg-Vortragend und der Museum des Marienetten. – Sie live die Geschichte über Ruhensalzburg-Vortragend. Vielen Dank.